Gude, Andreas Bock ist hier. Wir in Mainz, wir rutschen zusammen, wenn in der Wäustub eigentlich gar kein Platz mehr ist. Wir lieben das fröhliche, herzliche Miteinander beim Marktfrühstück. Und wir heben nicht ab, wir strunzen nicht, wir Hunde sind bodenständig. Das ist unser Mainz-Gefühl. Bist du ein richtiger Mainz-Fan und schwärmst genauso bei Freunden und Bekannten von unserem Landeshauptstädtchen? Perfekt, genau dich brauchen wir. Bewirb dich jetzt bis zum 18. August für die Mainz-Gefühl-Tour. Und mit etwas Glück fährst du dann im September kostenfrei zum Mainz-Gefühl-Flashmob nach Köln, Stuttgart oder Würzburg. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Alle Infos findest du unter mainzgefühl.de slash bewerben.